Hallo, Deutsch Mittelstufe 4, Lektion 77, Präteritum der Modalverben. Heute machen wir zum Abschluss unseren Vokabeltest. Wir fangen an mit Überleben, zum Beispiel einen Unfall überleben oder ein Unglück überleben. Das ist dann nicht sterben, sondern sarananda. Der Zufall, etwas war zufällig, das ist dann uyon, zufällig, umlaut und ik utimion, ulonsomunza, das ist dann uyonhi. Die Sünde, in der Kirche hört man von Sünden, das darf man nicht machen, haben wir noch nicht so. Te emida, unterwegs, ich bin gerade unterwegs, also sein langage ist umgekehrt, ich bin unterwegs, also ich fahre gerade, ich laufe gerade, 지금, 그래서 뭔가 하고 있거나, 아니면, 또 쉽게 생각하면, 지금, 이동 중이야. Sich verabreden, wir verabreden uns für morgen um zwei Uhr vor dem Kino, also 어떤 장소시간, 약속하다. Wieder umgekehrt, 무기, also 큰 칼 갖춘 거, 아니면, 어떤 종이나, das ist die, Waffe, die Waffe, die Waffe imnida. Fasal, Fasal ist der, F, F, paromi zum Himmel geht's, man, Pfeil, der Pfeil imnida. Se yokuan, jede Schule hat eine Turnhalle. Und kal, ibune, mesa malgo, yoksi Waffe yagi halte, kal, kungo, das ist das Schwert, das Schwert. Und pande, das ist immer Gegenteil, das Gegenteil von A ist B, das Gegenteil von bla 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 ist bla 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 imnida. Habt ihr alles richtig gemacht? Hoffentlich schon. Falls nicht, dann könnt ihr nochmal die Wörter wiederholen und euch alle Vokabeln merken. Viel Spaß nochmal beim Üben und wir sehen uns wieder bei der nächsten Lektion. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020